Ja hallo und guten Abend mal wieder zum Veridi. Zwischendurch war schon Folge 32, das ist unglaublich. Zwischendurch sind wir doch auch eine Zeit lang dabei mit unserem Kanal, ist erstaunlich. Vor allem wundere ich mich mal wieder wie viele Videos wir schon hochgeladen haben. Jo, so, die ganzen Fitzelchen weg, perfekt. Ja, und insofern begrüße ich euch nochmal wieder hier bei unserem kleinen Einschlaf-Let's Play. Genau, so. Halleluja, alle wieder durstig heute. Haben wir den kleinen her? Jo. Carvendel. Carvendel blüht auch immer noch. Carvendel blüht immer. So. Ja, und das war schon wieder gleich durch, ne? Jo, da haben wir es glaube ich auch an, ne? Ach, den Rüdiger müssen wir natürlich noch gießen. Rüdiger. Ja, und dann würde ich mal sagen, wünsche ich euch eine wunderschöne, angenehme, gute Nacht hier bei unserem Einschlaf-Let's Play. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Ciao, ciao. Bis dahin, ihr seid raus, ich bin's auch. Outro. Outro.